Nachdenkseiten Die kritische Website Die Abgehobenen Ein Kommentar von Jens Berger Ab ins Luxushotel Ins nicht einmal 200 Kilometer Entfernte Luxemburg So ungefähr stellt man sich den Lifestyle Von Milliardären vor Exklusiv, elitär und abgehoben Im konkreten Fall war es jedoch Kein IT-Tycoon oder Investmentbanker, sondern unsere Außenministerin Annalena Baerbock Politikerin der Grünen Die Privatjets und Kurzstreckenflüge Am liebsten verbieten würde und dem Gemeinen folgt so manche Last aufbürden Um die CO2-Emissionen zu senken Der Begriff Doppelmoral Wäre wohl noch zu sanft, um Diesen Widerspruch zu beschreiben Doch es war nicht nur Annalena Baerbock Auch andere Kabinettsmitglieder Und Spitzenpolitiker bewiesen mit ihrem Privatausflug zum Fußballspiel Wie abgehoben sie sind Bescheiden und volksnah So wünscht man sich einen Politiker Dass dieser Wunsch naiv ist Steht außer Frage Das zeigt einmal mehr die zur Zeit Stattfindende Fußball-EM in Deutschland So mancher Normalsterbliche Hätte sich sicherlich gerne Eines der Spiele der deutschen Mannschaft Angeschaut Doch Tickets sind nicht nur sehr knapp Sondern auch sehr teuer An- und Abreise stellen für die Allermeisten ebenfalls eine Hürde dar Und wer berufstätig ist, dürfte Ohnehin Probleme haben, Freizeitspaß Und Termine unter einen Hut zu bringen Für Mitglieder der Bundesregierung Gilt dies offensichtlich nicht VIP-Karten sind kein Problem Und wofür hat man denn die Flugbereitschaft Der Bundeswehr, die einen schnell Und kostenlos auch zu privaten Spaßterminen wie einem Fußballspiel Fliegt Und wenn das Spiel mal etwas länger dauert Kein Problem Für die Fußballtouristen der Ampel Wird selbstverständlich auch das Nachtflugverbot ausgesetzt So geschehen am 23. Juni beim Vorrundenspiel Deutschland gegen die Schweiz in Frankfurt Neben Annalena Baerbock sind auf der Ehrentribüne Ein Gran von Funktionären noch Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser Gesundheitsminister Karl Lauterbach Bildungsministerin Stark-Watzinger Grünen-Chef Omid Noripour FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr Bundestagspräsidentin Bärbel Baas Und auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu sehen Medienberichten zufolge Sind die Politiker mit der Flugbereitschaft Aus Berlin nach Frankfurt gekommen Und nach dem Spiel Trotz Nachtflugverbot Um 23.39 Uhr wieder nach Berlin zurückgeflogen Annalena Baerbock Nahm eine zweite Maschine der Flugbereitschaft Die sie ins lediglich 184 Kilometer Entfernte Luxemburg brachte Wo sie am nächsten Tag Einen beruflichen Termin hatte Bus und Bahn und sogar der angeblich Klimaneutrale Dienstwagen Waren anscheinend unter ihrer Würde Dieser Vorgang wurde gestern von zahlreichen Medien kritisiert Zu Recht, versteht sich Die Kritik konzentrierte sich jedoch auf Bärbock Warum kritisiert niemand die anderen Edelfans Die im Stil von Milliardären auf Steuerzahlerkosten Das Spiel auf der Ehrentribüne verfolgten Und es auch noch wie Karl Lauterbach Zur schamlosen Selbstprofilierung nutzten? Welche der genannten Politiker Haben die Tickets und die Reise selbst bezahlt? Sicher keiner Und das Spiel in Frankfurt war kein Einzelfall Auch am letzten Samstag beim Achtelfinalspiel Gegen Dänemark waren, diesmal in Dortmund Wieder zahlreiche Regierungsmitglieder vor Ort Darunter einmal mehr Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Nancy Faeser, Bärbel Baas Und Karl Lauterbach Der auch diesmal wieder fleißig twitterte Wie die Regierungsmitglieder nach Dortmund Und wie wieder zurück nach Berlin gekommen sind Ist unbekannt Genauso wie die Frage, wer bei diesem Spiel Die Karten für sie bezahlt hat Wahrscheinlich wurde auch für diesen Termin Die Flugbereitschaft genutzt Um es klar zu sagen Es gehört nicht zu den hoheitlichen Aufgaben Der Bundesregierung sich Fußballspiele anzuschauen Das ist ein Privatvergnügen Und sollte demzufolge auch privat bezahlt werden Das gilt vor allem für die An- und Abreise Wofür haben Abgeordnete denn eine Bahncard 100? Wer privat die Flugbereitschaft der Bundeswehr nutzt Nutzt sie wie einen Privatjet So wie es sonst nur Superreiche tun Und dafür von eben jenen Politikern kritisiert werden Die anscheinend selbst für ihr privates Vergnügen Gerne im eigenen, vom Steuerzahler finanzierten Jet fliegen Während die da unten den Gürtel enger schnallen Und das Klima retten sollen Hat sich bei der politischen Elite ein Lifestyle eingeschlichen Der mit dem Bild eines volksnahen Politikers Nicht einmal mehr im Ansatz zu vergleichen ist Das ist scharf zu kritisieren Wie soll ein Minister, der selbst wie ein Milliardär lebt Verstehen, wie es den Menschen geht, die er regiert Wie soll er Gesetze machen Die für sehr viele normale Menschen Hohe Belastungen mit sich bringen Die oft sogar ganze Lebensentwürfe zerstören Wenn er selbst in einer luxuriösen Parallelwelt lebt In der man mal eben aus Jux und Tollerei Mit einem Privatjet zum Fußball jettet Diese Politiker haben die Bodenhaftung verloren Sie sind nicht nur sprichwörtlich abgehoben Dieses Audio konnte nur entstehen Weil zahlreiche Leser und Leserinnen Die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen Klicken Sie einfach den entsprechenden Button Auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren Und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung Und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Bis zum nächsten Mal Tschüss SWACK 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 Vielen Dank.